ach komm wie lange kann sich dieser kampf denn noch ziehen so viel leben kann ja nicht haben also mal so schnell mega stärken das heißt wenn ich so muss auf jeden fall heilen nein 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 dankeschön wir müssen heilen das steht fest kann ich noch mal das team einsetzen so halt so halt und die heilung kann noch zehn mal multi heilen machen und sonne kamen mp teile zu einem mal angriff gemacht jetzt kannst du das denn so alle drei schaden darauf machen sieben zwölf ok ja geben das auf mich ja ist gut vielleicht noch mal selbst eine heilung da noch mal drauf fix eine mega stärkung ok hier kommt auch mal toll jetzt habe ich glück gehabt jetzt bin ich da wieder voll geheilt und tschüss und tschüss schaden auf die mieten ärgern hier oder muss ich muss sie noch nicht außerhalb siegen die leute sind und nervig da ist er besiegt jetzt können wir uns mal schnell um die anderen ja ja tschüss hasta la vego hasta la vego ja 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 was macht der hund jetzt mit dem stab up 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 goal up 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 d Das scheint ihr Bruder gewesen zu sein. Das ist eine höhere Bedrohung als Tolomegos, okay. Okay, dann sehen wir es mir doch. bin ich jetzt eigentlich voll schön dass ich nicht verbinden ja ich will ihm übernachten danke ja wir gehen nach der Welt ich würde sagen wir kommen auf die nächsten sache ich werde eine Runde speichern gehen speichern, speichern, speichern und da würde ich mir sagen, hoffentlich hat es dir gefallen, dass es in Bewertung gab so ein öfter Stepway und tschüssi